Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Info-Video. Mein Name ist Esperto von der Multigaming Community und ich wollte euch nur ein paar Infos geben und zwar folgendes. Sanktum wird ge-let's-played. Hört sich doof an, ist aber so. Wir haben endlich einen Spieler gefunden, einen vierten, vielmehr Spielerinnen. Kika wird mit uns spielen. Des Weiteren werden wir in der nächsten Zeit Ion let's testen bzw. let's playen. Dann kommen noch ein paar andere Sachen hinzu und wieder weg und so weiter. Ich bitte euch bald auf der Homepage mal öfters zu schauen, auch wegen den Umfragen. Mich interessiert dort eure Meinung. Und noch zwei Termine kommen, nämlich das nächste Trackmania-Rennen ist am 26.02. um 19 Uhr und wir haben wieder ein Pokerturnier. Esperto wird seinen Titel verteidigen, den er Hoffi weggenommen hat. Das Turnier findet statt am 28.02. um 20 Uhr. Natürlich müsst ihr hier dann im TS sein. Den Rest erkläre ich euch dann. Bitte dann, wenn ihr noch nicht in der Gruppe bei pokerstars.de angemeldet seid, kommt eine Viertelstunde vorher, besser eine halbe Stunde vorher in den TS. Wir erklären euch explizit genau, wie ihr da teilnehmen könnt etc. Was gibt es noch zu sagen? Bitte schreibt mehr Kommentare unter die Videos. Mich interessiert, wie findet ihr Scribble Notes? Es kommen bald wieder im Part von Rocky. Interessiert mich, wie ihr den findet. Und auch hier Dika macht natürlich ein weiteres Wimmelspielchen. Und da möchte ich auch fleißig Kommentare drunter haben. Ich freue mich immer, was zu lesen. Gut, das war schon im Großen und Ganzen. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich bin kurz am überlegen. Ja, es wird noch ein paar Let's Tests geben. Ich habe wieder ein paar Spiele hier liegen, die es doch ein bisschen wert sind. Und wenn sie dann gut ankommen, werde ich sie Let's Playen. vielleicht auch in der Gruppe. Man weiß es nicht. So, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Mein Name ist Esperto von der Cop Multigaming Community. Tschüss, bis dann.